Dr. Scheligas Heiterbildung, der spritzige Humor-Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens. Coole Gäste, motivierende Impulse, humorvolle Philosophien und Gedanken, die unter die Haut gehen. Talk und Tratsch, medizinisch, inspirierend und frei von der Leber weg. Von und mit Dr. Dr. Roman Scheligas. Ein herzliches Hallo in die weite, weite Welt von mir, Ihrem Host, dieses Heiterbildungspodcast aus dem Wartezimmer des Lebens. An meinen eigenen Namen, Roman Scheligas, kann ich mich Gott sei Dank immer noch erinnern, aber sonst gibt es doch hier und da einen partiellen Gedächtnis Schwund. Panik, Angst, nicht wirklich, aber großes Interesse, wie man sein Denken, sein Wissen lange auf einem hohen Level halten kann. Und deswegen habe ich mir eine wahre Expertin eingeladen. Sie möchte nicht als Gehirnforscherin bezeichnet werden und deswegen werde ich das auch nicht tun, obwohl meine heutige Gästin mehr über unser Denkorgan weiß, wie sicher die meisten von uns. Schon als Jugendliche war sie ihrer Zeit voraus, übersprang mit 15 Jahren eine Klasse, lebte mit 16 in den USA und war österreichische Jugendgedächtnismeisterin. Ihr Medizinstudium, welch Frage, absolvierte die Gehirnakrobatin in Rekordzeit, ganz nebenbei schrieb sie ihr erstes Buch. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist ihr neuntes erschienen. Einige wie zum Beispiel Geistig fit ein Leben lang, so der Titel, sind Bestseller geworden. Bei Gastauftritten im TV, bei den vielen Vorträgen und Workshops erklärt sie den Menschen, was unser Gehirn braucht, um fit und leistungsstark zu sein und sie versteht es vor allem komplexe und fundierte Inhalte leicht, eingängig und praxistauglich zu vermitteln. Sie war Teilnehmerin bei der Quizshow Ich weiß alles und verblüffte auch dort mit einem ungeheuren Allgemeinwissen. Wie er sich mit einem IQ von 136 lebt, nur 2,5 Prozent der Normbevölkerung erreicht einen Wert über 130 und warum man gleichsam im Spazierengehen klug werden kann, das verrät sie mir und uns allen gleich. Und zwar in meiner Heiterbildungsordination. Hier ist sie, meine geschätzte Kollegin Katharina Torecek. Liebe Katharina, wie geht's dir? Mir geht's dir gut. Hallo Roman. Habe du schon Dinge gemerkt, die du dir merken wolltest? Ich habe heute, glaube ich, vor allem schon Sachen vergessen, die ich vergessen wollte. Das ist nämlich auch ganz wichtig für unser Gedächtnis. Da geht's nicht nur ums Merken, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir aktiv steuern können. Eben, was merke ich mir und auch, was lasse ich an mir vorbeigehen? Vor kurzem war ein lieber Kollege von uns in meinem Podcast, Markus Hofmann, der sich auch dem Gedächtnistraining gewidmet hat. Und dem habe ich die Frage gestellt, was er zuletzt vergessen hat und warum. Was hast denn du zuletzt vergessen? Hast du gedacht, mein Gott, warum geht das nicht? Ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was ich vergessen habe. Du willst ja als, du willst nicht als Gehirnforscherin bezeichnet werden. Warum eigentlich? Ich leite schlicht und einfach momentan keine Forschungsprojekte und darum sehe ich mich jetzt nicht als aktive Gehirnforscherin. Ich würde sagen, ich bin Expertin für angewandte Gehirnforschung. Ich mache Recherchen. Ich versuche sozusagen am Laufenden zu bleiben, was Kolleginnen und Kollegen herausfinden über das Gehirn. Und was ich dann spannend finde, ist die Frage, was bringt uns dieses Wissen jetzt im echten Leben? Wie können wir das nützen, um uns das Leben leichter zu machen? Jetzt meinen wahrscheinlich deine Freundinnen und Freunde von früher, du bist ein ganz normaler Mensch gewesen und auf einmal hat das Hirn deinen Lebensweg bestimmt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich so intensiv mit unserem Denkorgan beschäftigt hast? Also mal vorab, ich bezweifle, dass meine Freundinnen von früher oder von heute mich als ganz normalen Menschen bezeichnen würden. Und wenn es um das Gedächtnis im Gehirn geht, das war immer schon meine Faszination. Und ich habe tatsächlich immer schon ein gutes Gedächtnis gehabt. Das hat sich darin geäußert, dass bald niemand mit mir Memory spielen wollte. Und habe aber immer schon auch diese Frage dann gehabt, warum ist das so? Warum merken sich manche Leute Informationen leichter oder auch schwerer? Oder warum fällt Lernen anderen leichter oder schwerer? Und habe dann recht früh eigentlich begonnen, das auch weiterzugeben und hatte immer die Philosophie, es geht um das Know-how und dass eben jeder so für sich etwas optimieren könnte. Jetzt spricht jeder von künstlicher Intelligenz. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben uns noch zu wenig mit der natürlichen beschäftigt. Warum ist dieses ewige Lernen und dieses Gehirntraining so extrem wichtig? Was sagst du dazu? In unserem Gehirn gilt das Prinzip use it or lose it. Verwende es oder verliere es. Und ich denke, das ist so ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir unserem Gehirn einfach immer wieder signalisieren müssen, dass wir es brauchen. Weil sonst zieht es sich einfach zurück, verliert es tatsächlich an Leistungsfähigkeit. Das ist letztlich wie mit unserem Körper. Also der Vergleich, der passt da schon. Da muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich immer weniger beweglich bin, wenn ich mich einfach nie bewege. Und genauso geht es uns im Kopf. Wenn wir uns geistig nie bewegen, werden wir einfach immer weniger beweglich sein. Jetzt habe ich mir für dich speziell einen eigenen Test ausgedacht. Natürlich wissenschaftlich extrem fundiert. Ich habe das mit mir selbst besprochen und habe beschlossen, dass es wissenschaftlich fundiert ist, so von Doktor zu Doktor. Also wissenschaftlicher kann man ja nicht mehr arbeiten. Ich werde dir jetzt im Laufe des Podcasts neun Begriffe sagen. Ich will immer sagen, okay, das ist für deiner zu merken. Und am Schluss werde ich dich prüfen, ob du dir alle gemerkt hast. Ist das fair? Das ist sehr fair. Das ist fair, okay. Merkst du sie dir dann auch? Ich habe es mir aufgestellt, weil es mir nicht mehr gibt. Aber ich hoffe, dass ich es mir jetzt mittlerweile gemerkt habe. Die haben nichts miteinander zu tun, nur vielleicht doch. Und vielleicht kannst du es nachher erklären, wenn du sie dir alle gemerkt hast, wie du sie dir gemerkt hast. Das mache ich gern. Okay, gut. Also der erste Begriff wäre mal Blumen. Okay. Jetzt merkt man doch in der Zeit, dass man sich immer weniger merkt. Also man merkt, dass man sich weniger merkt. Da fällt einem oft der Name des Kunden nicht ein. Also mir geht das ganz ehrlich schon seit 50 Jahren so. Man merkt sich vielleicht eine Telefonnummer nicht oder vielleicht irgendwelche Dinge, die man sonst parat hat. Jetzt erhofft man doch nicht, dass man Morbus Alzheimer hat. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man, je älter man wird, sich weniger merkt. Was empfiehlst du da? Welche Technik, dass man da wirklich sich auch diese Dinge fürs tägliche Leben allein mal merkt? Also ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist immer, warum habe ich das jetzt vergessen? Und ganz oft merkt man eben, dass das, was wir als vergessen bezeichnen, gar kein vergessen ist. Ganz häufig haben wir die Sachen gar nicht gewusst. Wirklich? Das heißt, ganz viel vergessen passiert durch Unaufmerksamkeit, passiert durch Stress. Das heißt, wir haben einfach ganz viele Informationen. Nehmen wir so eine ganz klassische Situation, wir sitzen im Auto und kommen darauf, jetzt bin ich mir nicht sicher, habe ich zugesperrt oder nicht? Oder habe ich den Herd abgedreht oder nicht? Warum passiert uns das? Weil wir eben gedanklich ganz woanders sind, während wir diese Alltagstätigkeit verrichten. Wir machen das ganz automatisch, sind mit der Aufmerksamkeit woanders und können uns nicht daran erinnern. Nicht, weil wir es vergessen haben, sondern schlicht und einfach, weil ich es nicht wahrgenommen habe. Das Gleiche gilt für den vergessenen Parkplatz. Auch da ist es schlicht und einfach häufig so. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja, wir sind so verdammt froh, endlich einen Parkplatz gefunden zu haben, dass wir schnell einparken, aussteigen und weiterspazieren und uns nicht umdrehen. Das heißt, ich habe den Parkplatz gar nicht wahrgenommen. Wenn ich also Gedächtnistraining mache, beginne ich immer mit einer Art Achtsamkeitstraining, Aufmerksamkeitstraining und auch mit diesem Bewusstsein, dass es eine Entscheidung ist, das möchte ich mir jetzt merken. Beim Parkplatz ist es tatsächlich das Bewusste sich umdrehen und zu sagen, so da steht jetzt mein Auto. Vielleicht sogar noch zu schauen, ist da jetzt irgendein markantes Detail auch zu sehen. Es reicht aber oft tatsächlich der Blick zurück. Ich habe dann auch schon immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ja, sie haben das jetzt ähnlich gelöst. Sie drehen sich immer um und machen ein Foto mit dem Smartphone vom Parkplatz. Und seitdem haben sie den Parkplatz nicht mehr vergessen, da wird dann immer geschmunzelt. Ich frage dann aber auch oft nach. Und das Interessante ist, die müssen sich das Foto gar nicht mehr ansehen. Es geht darum, dass ich das Foto gemacht habe. Und deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, dass man sich das so überlegt, als Bild zu sagen, wenn ich mir was merken möchte, dann mache ich innerlich ein Foto. Und das ist der Augenblick, der im Alltag bei uns zu kurz kommt. Wir haben uns eben daran gewöhnt, dass ständig Informationen auf uns einprasseln. Und was zu kurz kommt, ist der Moment, wo wir innehalten und sagen, so, was nehme ich mir jetzt eigentlich mit? Also wenn wir jetzt den Podcast zum Beispiel hernehmen, ich kann jetzt nachher ausschalten und gleich das nächste einschalten oder gleich auf Facebook gehen oder mich berieseln lassen mit der nächsten Information. Oder ich kann den Podcast dann am Schluss ausschalten und nachklingen lassen und überlegen, so, was ist jetzt ein Gedanke, den ich mir aus diesem Podcast mitnehme. Und das finde ich sehr schön. Ich hoffe, es sind viele Gedanken von dir, liebe Katharina. Zum Parkplatz. Es ist sehr spannend. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit so einen Bericht gelesen, dass Parkplätze, die mit Symbolen beschriftet sind, dass man sich da die Parkplätze leichter merkt. Also ich kann das nur von mir nachvollziehen, wenn ich weiß, ich stehe bei der rosen Schildkröte im dritten Stock und die Zahl merke ich mir, dann habe ich die rosen Schildkröte, dann weiß ich zumindest, ich bin im richtigen Stock. Also das kann ich total nachvollziehen, dass man sich wirklich Bilder besser einprägen kann. Aber wo Bilder einprägen, dein zweiter Begriff ist die Klauennase. Du hast mir einmal von einem spannenden Projekt erzählt, das du dann umgesetzt hast, Gehirnspaziergang. Ich habe schon im Intro ein bisschen angeteasert. Was ist das? Was bringt das? Es ist tatsächlich ein Herzensprojekt für mich, der Gehirnspaziergang, denn die Gesundheit des Gehirns braucht nicht nur die geistige Bewegung, sondern tatsächlich auch die körperliche Bewegung. Da gibt es ganz eindrucksvolle Studien, dass wir eben durch gerade die moderate Bewegung, also eben das Spazierengehen, die Ausschüttung von Nervenzellfaktoren fördern. Das heißt, es wird tatsächlich das Nervenzellwachstum im Gehirn angeregt. Das heißt, durch den Spaziergang gewinnen wir an Gehirnmasse. Das ist tatsächlich messbar und das betrifft im Speziellen unsere Gedächtniszentrale. Das heißt, das Gehen an sich ist tatsächlich Gehirntraining. Und ein Gehirnspaziergang kombiniert jetzt die positiven Effekte der körperlichen Bewegung mit geistiger Bewegung. Das heißt, man kann verschiedene Fliegen mit einer Klappe. Ja, sozusagen doppeltes Training. Viele Übungen eignen sich auch sehr, sehr gut für unterwegs, so Wortfindungsübungen, Arbeitsgedächtnistraining. Ganz viel kann man eben hier auch einfach unterwegs machen. Das macht das Gedächtnistraining oder das Gehirntraining auch kurzweiliger. Wir haben sonst schnell so ein verschultes Setting, wenn man sagt, ich setze mich jetzt hin und mache irgendwelche Übungen. Und wenn ich das mitnehmen kann hinaus, ist es einfach umso besser. Südseeinsel, das gilt es für dich jetzt zu merken. Wie lebt man denn einfach mit einem IQ von 136? Tut das nicht manchmal besonders weh, wenn man sich mit dem Schwachsinn des täglichen Alltags beschäftigen muss, gerade wenn man so hochintelligent ist. Und übrigens danke, dass du mit einem Mann deinen IQ, ich habe nämlich nachgeschaut, einen IQ-Test von 107 hat. Also ich meine, ich kann nicht mehr das Wasser reichen und dich auf ein peinliches Niveau begibst. Wie geht es dir so? Hast du da manchmal mit deinem Wissen oder mit deinen Fähigkeiten, Dinge zu abstrahieren oder dir zu merken mit diesem wahnsinnigen Informationsfluss Problemen? Oder sagst du, du kannst dich da abgrenzen? Meinst du vor Corona oder nach Corona? Du kannst mir beide Versionen nicht geben. Nein, also generell, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich letztlich ein recht normales Leben lebe oder dass die Unterschiede zu anderen Leben jetzt nicht primär auf meinen IQ zurückzuführen werden. Ich mache auch ausreichend Unsinn und Fehler. Also so ist es ja auch wieder nicht. Ich glaube, unabhängig davon, welchen ich Kummer hat, wundert man sich manchmal über die Entscheidungen anderer, weil sie eben oft nicht nachvollziehbar sind. Aber ich selber würde das gar nicht so empfinden. Ich empfinde mich gar nicht als so viel intelligenter meist als mein Umfeld. Und vielleicht macht das auch dann einen angenehmen Umgang aus, dass man einfach so die Individualität in allem sieht. Ja, also das ist auch Danke, dass du dich mit mir beschäftigst. Das freut mich sehr. Jetzt sagt man ja Frauen so ein bisschen, wahrscheinlich auch klischeehaft, dass die multitaskingfähiger sein wie wir Männer. Wobei das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir Männer sind sehr wohl multitaskingfähig. Wir können mehrere Probleme gleichzeitig auslösen. Also das ist aber nicht multitasking, glaube ich. Du plädierst ein bisschen dagegen zu wettern, unter Anführungszeichen, und sagen, wir sind gar nicht multitasking, weder Männer und Frauen. Stimmt das wirklich? Also ich bin ganz klar der Meinung, Multitasking ist eine Falle. Eine Falle? Ist eine Falle, weil... Danke. Ich hoffe, es hören viele Frauen zu jetzt und viele Männer zu. Also wir müssen gar nicht so vielseitig sein, oder? Nein, tatsächlich unabhängig vom Geschlecht. Unser Gehirn ist nicht fürs Multitasking geschaffen. Es gibt auch eine ganz klare Faustregel. Damit lassen sich alle Multitasking-Fragen schnell erklären. Wir können nicht an zwei Dinge gleichzeitig denken. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Tätigkeit automatisiert habe, das Zu-Fuß-Gehen zum Beispiel, kann ich sehr wohl etwas nebenbei machen, beispielsweise telefonieren. Wobei selbst da fällt einem manchmal auf, dass man dann stehen bleibt, wenn man etwas besonders Wichtiges sagen möchte. Ich kann aber beispielsweise nicht ein Buch lesen und gleichzeitig telefonieren. Ich kann vielleicht kochen und gleichzeitig telefonieren, aber man schmeckt es. Nein, aber man merkt es natürlich auch, je nachdem, habe ich dieses Rezept schon oft gekocht, habe ich das automatisiert oder eben probiere ich etwas anderes aus. Was unser Gehirn macht, wenn wir vermeintlich an zwei Sachen gleichzeitig denken, ist einen sogenannten Attention-Switch. Das heißt, wir teilen nicht unsere Aufmerksamkeit. Wir switchen hin und her. Das kannst du ausprobieren. Du kennst das, wenn du zum Beispiel einen Podcast vorbereitest und dann während du da so gerade die letzten Korrekturen vornimmst, läutet das Handy. Und dann hebst du ab und telefonierst mit mir und verbesserst aber noch geschwind weiter. Kennst du das? Klar. Man hört es. Das glaube ich auf alle Fälle. Und man merkt zum Beispiel auch, wenn man am Telefon ist und mit jemandem redet und was anderes macht. Meine Frau sagt immer, redest du mit mir jetzt? Und die denkt mir, ja, jetzt wieder. Also das ist total, man kann es hören. Das ist vollkommen recht. Und am schlimmsten sind die Telefonate, wo beide was anderes. Das gibt es ja auch. Und da kommt man dann nachher drauf. Und eben, man kann immer davon ausgehen, wenn ich es bei anderen merke, man merkt es bei mir auch. Und wir ertappen uns dann schon oft selber dabei. Hoppla, jetzt habe ich eigentlich versucht, meine Aufmerksamkeit zu teilen. Ich kann das eigentlich nicht. Die wahre Kunst heutzutage ist das Single-Tasking. Dass man das schafft, dass ich jetzt eben sage, ich bleibe jetzt beim Podcast und lasse mich da jetzt nicht unterbrechen, weil es oft so verlockend ist, geschwind mal eine E-Mail zwischendurch zu schreiben. Weil wir einfach, ich glaube, der Druck ist natürlich auch da, den wir haben, aber auf der anderen Seite, den wir nicht haben müssen. Denn die Entscheidung liegt ja immer noch bei uns, zu sagen, mache ich jetzt nur die E-Mails und mache nicht 23 Dinge parallel. Ich danke, dass du mir das jetzt sagst, weil ich habe da sehr viel jetzt in den letzten eineinhalb Minuten bei mir entdeckt. Ich versuche beim Zähneputzen das und das und das auch noch zu machen. Und das stimmt schon, weil ich denke mir, das geht sich nicht aus. Klar geht es sich aus. Es geht sich wahrscheinlich noch besser aus, wenn ich es nacheinander mache und wahrscheinlich effizienter. Stressfreier. 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 Vollkommen richtig. Inbusschlüssel, das gilt es jetzt zu merken. Du kümmerst dich ja sowohl um Gedächtnistraining für Kinder und Jugendliche, also für reifere, ältere Menschen. Der Markus, den wir ja kennen, der kümmert sich jetzt speziell um so Lernprogramme für Kinder. Ich möchte dich jetzt ganz bewusst zu den älteren Menschen befragen. Was hast du denn dir da überlegt, wie man bis ins hohe Alter fit bleiben kann? Also die geistige Gesundheit basiert auf drei Säulen. Das ist eben, wir haben es vorher schon angesprochen, die geistige Aktivität, die geistigen Herausforderungen. Das ist aber auch die körperliche Fitness. Da gehört nicht nur die Bewegung dazu, sondern beispielsweise eben auch das Trinken, ausreichend Schlaf. Und die dritte Säule ist dann das seelische Wohlbefinden. Das heißt, Stress, Einsamkeit wären da beispielsweise Risikofaktoren. Das heißt, die Gesundheit des Gehirns ist eine ganzheitliche Angelegenheit. Wenn du dir jetzt also gewünscht hast, dass ich so einfach sage, man nimmt jeden Tag eine Handvoll Heidelbeeren oder eine ganz einfache Lösung, die gibt es nicht. Aber es gibt insofern schon eine einfache Lösung. Das glaube ich, die wichtigste Antwort ist, dass man sich bewusst macht, dass wir die Gesundheit unseres Gehirns ein wenig auch in der Hand haben. Das heißt, es gibt so etwas wie Demenzprävention. Wir können vielleicht nicht zu 100 Prozent verhindern, dass wir je Demenz bekommen könnten, aber wir können das Risiko reduzieren. Und diese aktive Haltung zu sagen, ich nehme jetzt auch die Gesundheit meines Gehirns so ein bisschen in die Hände oder eben in die Füße, wenn es ums Gehirn spazieren geht. Das ist, denke ich, etwas, was wir alle jetzt machen sollten. Wir haben alle das Glück, dass wir jetzt immer älter werden dürfen. Und da darf dann auch einmal das Gehirn an der Reihe sein. Ich darf jetzt gleich einmal in diesem Part des Podcasts ein Kompliment machen. Du strahlst so eine Begeisterung für dieses Thema aus. Und das kommt so gut rüber. Ich nehme an, unsere Hörerinnen und Hörer nehmen das auch wahr. Also das ist nicht nur ein Job, den du machst, sondern wirklich Begeisterung für das, was dir wirklich wichtig ist. Also finde ich toll. Man spürt es, liebe Katharina. Danke schön. Faszination ist es tatsächlich. Ja. Du setzt ja bei deinen Vorträgen auch Humor ein. Und mein Podcast, da geht es um Heiterbildung, um die Leichtigkeit im Leben. Welchen Stellenwert hat Humor für dich? Wie wichtig ist dieser beim Lernen? Und vergiss nicht, dir auch noch die Sachertorte jetzt zu merken. Sehr gut. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich so lustig bin. Mein Humor hat ja mit dem Lustigsein zu tun, sondern es ist ja vielseitig. Aber tatsächlich, ich denke, was ich habe, ist, ich habe einen gesunden Optimismus und ich finde es schön, die schönen und positiven Sachen im Leben zu sehen. Und es ist tatsächlich so, dass Emotionen Lernvorgänge optimieren, indem sie eben beispielsweise unsere Aufmerksamkeit stärken und unsere Aufmerksamkeit auch wohin lenken. Das würde allerdings auch mit negativen Emotionen funktionieren, macht aber halt weniger Spaß, funktioniert aber tatsächlich auch ein bisschen schlechter, weil wir wissen, dass wir durch negative Emotionen eher eine Art Vermeidungsverhalten lernen. Das heißt, wir würden dann lernen, dem Thema Gehirn aus dem Weg zu gehen, war es ja jetzt nicht so prima. Bei manchen Menschen, glaube ich, die haben diese Strategie sehr wohl intus. Gibt es aus deiner doch jetzt jahrelangen Erfahrung, sei es als Vortragende oder auch als Lehrerin im Sinne von bei Schülern, gibt es eine Episode oder ein Beispiel, wo du gesagt hast, also das war, jetzt kann ich darüber lachen, aber es war damals schon ziemlich peinlich, was mir da passiert ist. Also ja, es gibt tausende, tausende Hopperlas, aber besonders unangenehm oder lustig ist es eben immer, wenn ich etwas vergesse. Und Tatsache ist, dass eben auch Gedächtnismeister und Gedächtniskünstler zum Glück alles Mögliche vergessen. Also ganz speziell erinnere ich mich an eine Situation, da habe ich einen ganzen Tag lang Gedächtnistraining gemacht mit einer Gruppe von ganz, ganz tollen Schuldirektorinnen und Direktoren. Also das waren jetzt wirklich dann Leitung, leitende Funktionen, nicht nur jetzt eben die Lehrerinnen und Lehrer. War auch wirklich ein intensives, tolles Seminar, gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich leider Gottes den Lader meines Laptops vergessen. Und den brauchte ich natürlich ganz dringend und bin dann auch am nächsten Tag wieder dorthin, um diesen Lader abzuholen. Und unangenehmerweise hatten diese Schulleiter am nächsten Tag das Folgeseminar im gleichen Raum, haargenau die gleiche Gruppe. Und ich musste dann eben tatsächlich stören und trete ein und sage eben, es tut mir schrecklich leid. Ich habe meinen Lader vergessen und hat also zum entsprechenden Gelächter geführt und hat also natürlich noch einmal in Erinnerung gerufen, dass wir alle menschlich sind. Genau, das sorgt für zusehe Sympathie. Gott sei Dank. Kein Roboter, kein Computer, kein Wanderer, sondern ein Mensch oder eine Menschfin müssen ja alles gendern. Ich gender Kopenhagen nicht, denn Kopenhagen ist das nächste Wort. Aber bald hast du es geschafft. Was ist denn dein Geheimnis? Du hast vorher Covid angesprochen. Dein Geheimnis für Leichtigkeit oder Gelassenheit in dieser Zeit? Hast du da was abseits von deinem Gehirn? Mein Geheimnis für Leichtigkeit und Gelassenheit? Ich würde es gar nicht auf diese Zeit reduzieren, sondern aufs gesamte Leben. Meine Lieblingsgedächtnisübung ist eben gleichzeitig auch meine Lieblingswohlfühlübung. Und das ist die Übung, ich nenne es Best of Today, das Beste von heute. Es funktioniert so, dass ich mir am Abend überlege, was war heute der schönste Augenblick des Tages. An manchen Tagen ist das, was richtig groß ist, wie zum Beispiel ein Podcast mit dir. An manchen, der meisten sind das klitzekleine Kleinigkeiten. Die gute Frittatensuppe zum Beispiel beim Mittagessen. Die ich heute nicht bekommen habe. Das ist eine andere Geschichte. Und diesen einen Augenblick ruft man sich dann so genau wie möglich nochmal in Erinnerung. Und das mache ich eben nicht nur heute, sondern auch morgen mache ich wirklich einfach immer. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass man dann so, wenn man einen Blick zurückwirft, da haben wir ja alle oft so das Gefühl, was habe ich die Woche eigentlich gemacht? Oder das Leben läuft an mir vorbei. Und durch diese Übung kann man so ein bisschen die Aufmerksamkeit eben auf das Gelingende lenken, auf das Schöne, auf das Angenehme. Und das ist tatsächlich gut für die Stimmung, aber auch gut für die Gedächtnisleistung. Ich glaube, es ist nicht wirklich so, dass man mit positiven Gedanken einschlafen soll, weil das Hirn dann anders arbeitet in der Nacht. Das habe ich mal gelesen. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Also da kann ich keinen sprechen. Schon ich bin immer für positive Stimmung, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Wobei man natürlich sagen muss, die negativen Gefühle gehören auch dazu. Also es ist total legitim, auch einmal krantig oder traurig zu sein. Aber ich finde immer, wenn es mir gut geht, ist es gut. Wir kommen da auch wunderbar. Die Überleitung hättest du nicht besser machen können zu den Dingen, die nicht so gut laufen. Und deinem vorletzten Wort, glaube ich, das ist der Gallenstein. Wenn man sagt, man kommt die Galle hoch. Wo ist denn bei dir Schluss mit lustig? Was findest du dann wirklich nicht mehr lustig in unserer Zeit? Wo sagst du, das geht gar nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ärgere ich mich wirklich? Ich glaube, ich habe einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Also wenn ich so das Gefühl habe, etwas ist nicht fair. Wobei mir da jetzt gerade kein geeignetes Beispiel einfällt. Und so im Kleinen, und das ist ja das wirklich frustrierende Sinne, die kleinen Ärgernisse im Alltag. Wo man so sagt, eigentlich ist es nicht wichtig, aber man ärgert sich. Und ich bin jemand, ich habe es gern, wenn Sachen dort sind, wo sie hingehören. Und wenn eben etwas nicht dort ist, wo es hingehört, dann ärgere ich mich vielleicht grundlos. Das wäre vielleicht ein Gallenstein-Thema. Okay, wir haben noch eins oder zwei, glaube ich, haben wir noch. Nadelstich wäre dein vorletztes. Wenn ich jetzt deine beste Freundin oder deinen besten Freund anrufe und sage, bei mir ist die Katharina im Podcast, wie ist denn die so, so abseits von ihren Fähigkeiten und von dem, was wir alles von ihr kennen, was würden die denn sagen? Hilfsbereit würde ich sie sagen und authentisch. Und wenn ich sie frage, und hat die Katharina nicht eine richtige Macke, was würden sie da sagen? Da müsste man wahrscheinlich meinen Mann fragen. Wir können jeden anrufen. Ja genau, wenn du jetzt meinen Mann anrufst. Ich glaube, oder auch Leute, die mich gut kennen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das heißt, wenn es mir richtig gut geht, dann merkt man das. Und wenn es mir schlecht geht, merkt man das auch. Und also meine Emotionen sind einfach immer sehr intensiv. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Wir kommen zu einer Rubrik und vorher merkst du dir noch das letzte Wort Salsa. Dann hast du es schon geschafft. Die Rubrik heißt der Flotte Dreier. Drei Fragen, die du bestimmst. Drei Zahlen und du darfst dreimal nicht Nein sagen. Du musst sie beantworten. Ganz einfache Spielchen. Also du hast jetzt die Möglichkeit, drei Zahlen zu nennen. Ich habe hier eine Liste von 100 Fragen. Aha, verstehe. 100 Fragen, genau. Und diese Frage stelle ich dir. Okay. Und ich sage dir eine Zahl. Und damit wähle ich sozusagen freiwillig eine Frage. Sehr gut. Beantworten musst. Und das werden wir jetzt noch zweimal wiederholen. Also es geht los. Und die Zahlen sind von 0 bis 100? 0 bis 100, genau. Dann nehme ich einmal 82. 82 hatten wir noch nie. Beispiel 71 ist aufgekommen. Was magst du, Katharina, an anderen Menschen? Lachen. Okay. Was ist deine zweite Zahl? Meine zweite Zahl ist die 67. Die 67. Warte mal. Die muss da sein. Da ist sie. Glaubst du, dass das Leben früher besser war oder jetzt besser ist? Jetzt. Warum? Naja, ich habe ja gar nichts mehr davon, wenn es früher besser war. Man merkt, hier spricht ein Mensch mit einem IQ von 136. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, was er mit meint. Okay. Ich lasse es genauso. Soll es ja kurz und prägnant sein, im Raum stehen. Eine Nummer hast du noch? Eine Zahl? Dann nehmen wir jetzt noch die 55. Die 55. Was ist dir lieber? Ein edles Essen in einem Fünf-Sterne-Hotel oder ein Döner beim Imbiss ums Eck? Ja, ich bin grundsätzlich sehr bodenständig. Aber vor dem Döner gehe ich doch gerne ins Restaurant. Gehst du gut essen? Okay, super. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Lust bekommen haben, da mehr in die Heiterbildungswelt einzutauchen, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast weiter erzählen, weiter empfehlen. Auch den Menschen, die vielleicht nicht so viel zum Lachen haben, vielleicht brauchen es die gerade. Alle Informationen dazu und sonst noch viel mehr rund um das Thema Humor im Business finden Sie unter www.roman-skiliga.com. Wenn du etwas sofort ändern könntest, Katharina, im Leben, was wäre das? Gar nichts. Nein, gar nichts. Es ist eigentlich alles gut. Aber natürlich, wenn ich allmächtig wäre, würde ich wahrscheinlich sowas machen wie den Coronavirus ausschalten. Das haben schon viele versucht. Wenn du eine Zauberkraft hättest, dann sagst du, irgendeine Zauberkraft kannst du dir aussuchen. Was wäre das? Ich würde gerne fliegen können. Und wo würdest du hinfliegen gleich das erste Mal? Einfach rauf zu den Wolken. So Vogel sein muss schon cool sein. Ja. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Wohin geht denn die Reise jetzt? Ich habe gehört, du wolltest ja eventuell sogar wieder in die Medizin und dann doch nicht. Ja, ich glaube, dass ich momentan froh bin mit den kleinen Schritten, die einfach gerade passieren. Ich war tatsächlich jetzt so ein bisschen im Überlegen, wie geht es weiter? Gehe ich doch wieder zurück auch in die Medizin? Mich hätte die Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr interessiert. Ich habe dann aber jetzt durch einzelne Wiederauftritte, Wiedervorträge gemerkt, dass mein Herz tatsächlich auf der Bühne liegt, beim Menschen liegt, beim Sprechen und beim Weitergeben. Und für mich ist einfach klar, ich habe eine viel stärkere Multiplikatorenwirkung, wenn ich das mache, was ich bisher mache. Also deswegen habe ich jetzt in der Form keine größeren Pläne, außer dass es für mich gerne so weitergehen darf wie bisher. Ich habe einen Herzenswunsch, dass schon, was ich so für mich vorhabe, wenn die Zeit passt und sich so nebenbei auch laufen lässt. Ich habe ganz viele Bücher geschrieben, aber bisher keinen Roman. Und das ist etwas, was ich sehr gerne machen möchte. Das ist nicht etwas, wo ich sage, das muss jetzt dieses Jahr gleich passieren. Aber je nach Auftragslage und je nachdem, wie es mir inhaltlich auch in den Kram passt, möchte ich das sehr, sehr gerne verwirklichen. Das klingt sehr spannend. Wir kennen uns doch schon in eine Zeit. Das ist für mich ein sehr spannender Aspekt. Toll. Wird das ein Kriminalroman oder so ein Lebensroman? Nein, für mich ist es geht mehr, glaube ich, um eine sehr persönliche Geschichte, wobei es nicht autobiografisch sein sollte. Aber was mich inhaltlich interessiert, ist gerade auch die Rolle, die ich als Frau spiele in dem Gleichzeitigen von Unternehmerin, von eben Expertin, von aber auch Mutter, von aber auch einfach ganz normaler Mensch, von Partnerin. Das ist ein Thema, das natürlich auch in ganz vielen literarischen Werken vorkommt. Und mir geht es da eben einfach um mein eigenes Erleben. Sehr schön. Also vielleicht passt es auch gut zu meiner nächsten Frage. Wir nähern uns ja langsam dem Ende unseres Podcasts, wobei ich mit dir wirklich stundenlang plundern könnte. Ich finde das total schön. Schön. Welche Schlagzeile möchtest du gern so in zehn Jahren von dir in allen Medien lesen? Sie hat uns schon wieder überrascht. Katharina Turecek und schon wieder eine Überraschung hat sie parat. Von wem möchtest du gerne lernen? Du lernst, du bringst der Menschen Lernen bei oder zeigst, wie man besser lernen kann, man sich Dinge merken kann, wenn man das Gehirn aktiv und rege hält. Von wem möchtest du gerne lernen? Von welchem Menschen? Also ich habe ja das große Glück, das kann man ja im Podcast auch gleich nochmal aussprechen, dass du mein Mentor warst im letzten Jahr. Und das war ja tatsächlich mein Wunsch und damals auch gezielt ausgewählt. Und ich habe wahnsinnig viel in dem Jahr gelernt. Dankeschön mal dafür. Also von meiner Seite da das große Dankeschön. Und ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, was so in Zukunft so Vorbilder für mich sind, dann ist für mich da das Schöne, dass das oft so im ganz Kleinen passiert. Also dass das jetzt gar nicht so eine herausragende Persönlichkeit sein muss, sondern dass man oft wirklich so im Gespräch von jeder Person eigentlich, von jedem. Deswegen war diese IQ-Frage am Anfang vielleicht für mich auch ein bisschen irritierend, weil ich glaube, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann, etwas mitnehmen kann. Und da bin ich jeden Tag offen für Neues. Bewusst sich die Erlaubnis geben, was zu lernen. Auch von Menschen, wenn man sich denkt, was kann ich von dem lernen, gerade? Also nie das Gefühl zu haben, ich weiß eh schon alles. Ich weiß alles ganz genau. Das werde ich einmal testen, ob er jetzt alles weiß. Denn wir kommen jetzt zu unserem Test. Also ich hoffe, du enttäuscht mich nicht und so. Was sind denn die neun Begriffe, die ich dir gesagt habe? Also der erste Begriff, das waren die Blumen. Dann kam eine rote Nase. Dann kam die Südseeinsel. Dann kam ein Imbusschlüssel. Und dann kam Kopenhagen, wobei da kam möglicherweise etwas dazwischen. Ja. Und ich kann dir nicht mehr sagen, was es war, aber ich kann dir sagen, warum ich es vergessen habe. Warum? Du hast mich danach irgendetwas Persönliches gefragt und dadurch war ich inhaltlich nicht mehr am Abspeichern. Okay, was kam dann nach Kopenhagen? Nach Kopenhagen, ja, da kam natürlich auch ein sehr emotionaler Begriff, nämlich die Gallensteine. Dann der Nadelstich und dann Salsa. Perfekt. Jetzt haben wir eine Frage oder einen Begriff nicht, also du hast es nicht, ich sehe es ja da. Ja, jetzt sieht es eigentlich ganz aus. Eigentlich müssen wir jetzt auch eigentlich diesen IQ-Test erst einmal wiederholen, bevor wir die Glaubwürdigkeit zurückkommen. Ich würde sagen, das war es dann. Jetzt ist es leider. Oh je, Podcast kaputt. Podcast kaputt, wir schneiden alles raus. Nein, großartig, was du dir nicht gemerkt hast, das finde ich extrem schade, weil es das Köstlichste ist, was man essen kann. Ah, die Sachertorte. Ja, genau. Die Sachertorte, die habe ich verdrängt, wegen den Kalorien war das. Gallensteine merkst du dir. Nein, das ist wegen der Diät, die lassen wir weg. Okay, letzte Rubrik, die für mich fast die schönste ist, die heißt die Heiterbildungswundertüte. Die Heiterbildungswundertüte. Aufmachen, auspacken und glücklich sein. In dieser Rubrik frage ich meine Gäste und Gästinnen, was muss da hinein in diese Wundertüte? Ein Tipp, ein Buch, eine Empfehlung, ein Ratschlag, eine Serie, die man anschauen muss. Was sind deine drei Dinge in dieser Wundertüte? Also auf die Frage, was ist so das Buch, das man unbedingt gelesen haben muss, war für mich ganz klar. Ja, das ist das Buch, das gerade am Nachttisch liegt. Weil am schlimmsten sind diese nicht durchgeführten Vorhaben oder dieses, das hätte mich interessiert, aber es ist sich nicht ausgegangen. Und ich denke, also mir ist tatsächlich nichts eingefügt, das muss jeder gelesen haben. Aber dass man so ganz bewusst sagt, das will ich jetzt lesen, das finde ich mal das Wichtigste. Das Zweite ist so ein Augenblick Zeit zum Innehalten. Das passt sehr gut zu dieser ersten Frage, wie kann ich mein Gedächtnis stärken? Das Innehalten einfach, damit ich was auch Gutes in Erinnerung behalte. Oder vielleicht das Innehalten einfach, um wahrzunehmen, dass gerade was Schönes passiert. Ja, und das allerletzte, was man immer in so einer Wundertüte des Glücks sozusagen brauchen kann, ist ein Schluck Wasser. Ein Schluck Wasser? Ja, das haben wir nämlich jetzt nicht dazu gesagt, auch bei der Gesundheit des Gehirns, dass Austrocknung für unser Gehirn tatsächlich ein großes Risiko darstellt. Und auch das Trinken kommt einfach so im Alltag oft zu kurz und das passt vielleicht zum Innehalten, dass ich sage, ich halte inne, trinke einen Schluck Wasser und nütze diesen Augenblick gleich, um was festzuhalten. Und das mache ich jetzt gleich. Mach das, liebe Katharina. Vielen, vielen Dank für dein Kommen, für deine Ideen, deine Ansichten, dass du so vielen Menschen zeigst, was sie eigentlich für Potenzial da oben in ihren grauen Zellen haben. Dass du das mit einer istnigen Herzlichkeit und Fröhlichkeit machst, bewahr dir das. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass sie bis zum Schluss zugehört haben und vielleicht jetzt auch gemeinsam mit den Menschen, die sie am liebsten haben, ein Glas Wasser trinken und vielleicht auch mal sagen, dass sie sie mögen. Weil ich glaube, das ist auch etwas, was unser Leben immer sehr angenehm machen kann, wenn man jemandem sagen kann, ich mag dich. Katharina, ich mag dich. Es war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Danke, Roman. Mein Tipp zum Schluss, egal wie voll der Kopf ist, man sollte immer etwas Platz für ein paar Flausen lassen. Viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.